Wenn du auf der Suche bist nach einer Farbe, um deinen Betonpool zu streichen, dann pass gut auf. In diesem Video werde ich dir alles erzählen, was relevant ist, damit du deinen Betonpool streichen kannst. Und das vollumfänglich, einfach, schnell und günstig. Kurz zu mir, mein Name ist Fim Fleischer, ich bin Gründer von Farbenlöwe. Wir sind vermutlich die modernste Brand im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Farben und Lack geht. Und was wir mit diesem YouTube-Channel hier erreichen möchten, ist, dass wir dir nicht nur alle Produkte schnell, günstig und einfach in einer riesigen Auswahl nach Hause senden, sondern dass wir auch dir alle Informationen an die Hand geben, die du brauchst, damit dein DIY-Projekt vollumfänglich, ohne Probleme funktioniert. Und in diesem Video werde ich dir erklären, wie du deinen Betonpool streichst. Also pass gut auf, es ist nicht kompliziert, aber es gibt einige Dinge, die du beachten solltest. Grundsätzlich einmal, welches Produkt empfehlen wir? Wir empfehlen ganz klar die Schwimmbeckenfarbe von Hamburger Lackprofi, also mit Untergrund Beton, Zement und so weiter und so fort. Das ist eine hochdeckende Farbe, die sehr ergiebig ist. Das bedeutet, du schaffst viele Quadratmeter pro Liter Farbe, die für alle mineralischen Untergründe bestens geeignet ist und einen krassen UV-Schutz hat. Denn wenn du einen Betonpool hast, dann ist der höchstwahrscheinlich lange Zeit immer der Sonne ausgelegt und deswegen braucht die Farbe auf jeden Fall einen UV-Schutz. Und gerade diese Farbe, wir sagen immer, hält mindestens 5 bis 10 Jahre, während andere Systeme, beispielsweise wässrige Systeme, jedes Jahr erneuert werden müssen und anfangen zu platzen und nicht so UV-beständig sind wie diese Farbe. Welches Lackierwerkzeug empfehlen wir? Wir empfehlen ganz klar das Lackierwerkzeug X300, ich blende es dir einmal ein. Das ist ein sehr solides Lackierwerkzeug, günstig, genauso gut, wenn nicht sogar besser, wie aus dem Baumarkt. Damit machst du alles richtig. Wir empfehlen auch grundsätzlich immer mit der Rolle zu lackieren, weil das ist am einfachsten. Du kannst natürlich auch einen Pinsel nehmen oder eine Lackierpistole. Bei der Untergrundvorbereitung ist wirklich wichtig, dass du darauf achtest, dass der Untergrund sauber ist. Bedeutet, du machst ihn mit Wasser sauber im ersten Step und anschließend mit einem Entfetter oder am besten mit der dazugehörigen Verdünnung hier, 227 ist das. Mit der Verdünnung kannst du am besten den Untergrund reinigen. Es ist wichtig, dass du ihn entfettest, es ist wichtig, dass der Untergrund sauber ist, also staubfrei ist, dass dort kein Dreck, keine losen Altreste, Lackreste beispielsweise auch sind. Und das Tolle bei dieser Farbe ist, du brauchst den Untergrund nicht anschleifen, du brauchst den Untergrund auch nicht zu grundieren. Das spart dir Zeit, Geld und Nerven und sorgt dafür, dass du wirklich schnell ein super Ergebnis erzielen kannst. So, dadurch, dass du auch keine Grundierung benötigst, empfehlen wir etwas anderes. Und zwar, du nützt die Verdünnung, du nützt sozusagen sie zur Reinigung, zur Untergrundreinigung, zur Gerätereinigung anschließend. Und du nützt sie auch, um dann den ersten Anstrich mit 10% Verdünnung zu machen und das wie eine Art Grundierung zu verwenden. Musst du nicht machen, kannst du machen. Diese Farbe ist sehr ergiebig, bedeutet, du brauchst auch nur ein bis zwei Anstriche. Ja, wirklich hochdeckende Farbe, ein bis zwei Anstriche genügen dort. Du machst den ersten Anstrich, Untergrund ist gereinigt und wartest anschließend drei bis acht Stunden, im Idealfall Safety First, einfach acht Stunden warten, bis es getrocknet ist und kannst dann den nächsten Anstrich machen. Ganz wichtig ist, dünne Anstriche, keine dicken Anstriche, weil diese brauchen, die trocknen anders oder trocknen schwieriger. Ja, achte auch darauf, dass es nicht zu heiß ist, nicht zu kalt ist. Wir sagen immer, zwischen 10 bis 30 Grad ist hervorragend. Darunter kann der Lack nicht gut trocknen, darüber verbrennt der Lack quasi in der Sonne. Deswegen pass einfach auf, 10 bis 30 Grad, da ist alles super. Und dann streichst du einfach drauf los. Anschließend, nachdem du ein bis zwei Anstriche gemacht hast, es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie zufrieden du mit dem ersten oder dem zweiten Anstrich bist. Dieser Lack, ich sage dir, der ist hochdeckend, da brauchst du nur ein bis zwei Anstriche. Das spart dir auch Zeit, Mühen und Geld. So, und dann, nachdem du den Betonpool gestrichen hast, die Deckkraft, also sozusagen die Deckkraft, die Schichten auch in der Deckkraft dann sind, wie du zufrieden bist, sagen wir immer, warte fünf bis sieben Tage, damit die Endhärte komplett erreicht ist und dann macht den Pool wieder mit Wasser voll. Dann hast du keine Probleme, der Untergrund ist danach auch wasserundurchlässig und du hast ein wirklich schönes Ergebnis. Gerade so beispielsweise Lichtblau RAL5012 ist ein sehr, sehr beliebter Blauton, aber auch Weiß oder Beige beispielsweise oder Grau, Betongrau, Lichtgrau. Das sind alles Farbtöne, die sehr, sehr gerne bei Schwimmbeckenfarbe bzw. Poolfarbe verwendet wird. So, ich hoffe, ich konnte dir hier alles an die Hand geben, alle Informationen an die Hand geben, die du brauchst, damit dein DIY-Projekt vollumfänglich funktioniert, du keine Fragen mehr hast, direkt loslegen kannst, direkt auf farbenlöwe.de gehst, dort die Farbe bestellst bzw. ich dir alle Links, die du, von denen ich erzählt habe, nochmal in die Beschreibung getan. Jetzt noch was ganz Wichtiges. Wir haben eine Facebook-Community. Das ist eine Gruppe, wo wir alle DIY-Begeisterte sind und Bock haben, dich dabei zu unterstützen, dein Projekt umzusetzen. Du bekommst dort Hilfe, Unterstützung, Beratung von uns, aber auch von anderen Teilnehmern aus der Gruppe, damit dein DIY-Projekt geil wird. Und damit du sogar auch noch sparst, bekommst du zur Begrüßung einen 5%-Gutschein. Den erhältst du direkt, nachdem du dort Mitglied geworden bist, in einer Nachricht. Und kannst dann dort beim nächsten Einkauf direkt sparen. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Markiere uns auch gerne auf Instagram, like dieses Video, abonniere diesen YouTube-Channel. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Wir würden uns riesig freuen, dir dabei zu helfen, dich dabei zu unterstützen, deine Projekte umzusetzen. Mein Name ist Sven Fleischer, ich wünsche dir Good Luck und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!